In diesem Video erfährst du, wie du deine Erregungskapazität neuronal, also auf der Ebene des Gehirns, erhöhen kannst und damit wesentlich länger Liebe machen kannst mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Das Ganze ist absolut keine Raketenphysik, klingt zwar kompliziert, aber funktioniert am Ende des Tages für jeden Mann sehr, sehr gut und geht viel, viel leichter, als man denkt. Also, lass uns einsteigen. Dein Gehirn sorgt aktuell dafür, dass bei dir der Höhepunkt sehr, sehr früh eingeleitet wird beim Liebemachen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Das ist dein aktuelles Problem. Und dein Gehirn trägt eben in sehr, sehr großem Maße dazu bei, dass es aktuell so ist, wie es ist. Wir erklären das anhand von einem kleinen Beispiel. Stell dir vor, du baust einen Stromkreislauf auf. Du hast einen kleinen, selbstgebauten Stromkreislauf und an einer Stelle dieses Kreislaufes ist der Kreislauf verbunden über einen dünnen, kleinen Draht. Vielleicht kennst du das noch von damals aus dem Physikunterricht, da hat man das manchmal gemacht. Jetzt fängst du an, durch diesen Kreislauf Strom durchzujagen. Und zwar nicht nur ein bisschen Strom, sondern einen richtig starken Strom. Was ist es, was als allererstes passiert? Nach wenigen Sekunden. Nach wenigen Sekunden kannst du davon ausgehen, dass dieser dünne Draht, also diese dünne Stelle dieses Stromkreislaufes durchglüht. Ja, weil der Strom ist zu stark und dieser dünne Draht kann diesem starken Strom nicht standhalten, glüht durch. Der Stromkreislauf ist kaputt. Und das ist metaphorisch gesprochen aktuell genau das, was beim Liebemachen mit deiner Partnerin und deinem Partner passiert. Die Stelle in deinem Gehirn, die dafür zuständig ist, die Erregung und die Lust und die Geilheit zu verarbeiten und weiterzuleiten, die ist dünner Draht aktuell. Sprich, du jagst durch dein Gehirn, metaphorisch gesprochen, stark Strom durch. Das weißt du selber, wenn du ins Liebemachen reingehst mit deiner Partnerin, ist da wahnsinnig viel Lust, wahnsinnig viel Anspannung, extrem viel Vorfreude. Also es ist ganz, ganz viel Strom auf der Leitung. Und erstmal relativ viel Strom auf der Leitung zu haben, das ist erstmal nicht schlimm, das ist ja ein schönes Gefühl. Das Problem ist jetzt in dem Moment, wo du in deinem Intimbereich berührt wirst, wo deine Partnerin dich vielleicht manuell stimuliert mit der Hand oder mit dem Mund oder du vielleicht auch in sie eindringst. In dem Moment dauert es nicht lange und es wird einfach zu viel. Und dein Gehirn sagt, so jetzt ist Sense, der Draht glüht jetzt hier durch und ich leite jetzt den Höhepunkt ein. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das aktuell so bei dir und wie kann es sein, dass es bei anderen Männern anders ist? Die gute Nachricht vorneweg ist, so wie das aktuell bei dir ist, so muss es nicht bleiben, man kann es verändern. Es gibt Strategien, Methoden, wie man es verändern kann, da komme ich später im Video auch noch drauf zu sprechen. Aber jetzt ist die Frage erstmal, warum ist das so bei dir? Es gibt einen Grund dafür, dass der Draht in deinem Gehirn, der für die Erregungsweiterleitung gewissermaßen zuständig ist, aktuell sehr, sehr dünn ist. Ganz, ganz viele Männer haben es sich im Laufe ihres Lebens einfach antrainiert, dass alles, was Erregung und Liebe machen und Lust mit einer anderen Frau oder auch mit einem anderen Mann betrifft, alles immer sehr, sehr stark im Intimbereich stattfindet. Das heißt, wenn du Liebe machst mit einer Frau, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin im Bett bist, geht es in deinem System ganz, ganz schnell immer nur noch um das beste Stück, nur noch um diesen Intimbereich. Der Rest deines gesamten Körpers findet nicht großartig statt. Ja, das kommt zum Beispiel daher, wie wir anfangen, uns als Jugendliche und junge Erwachsene selbst zu berühren. Wenn wir Selbstbefreiung betreiben, kümmern wir uns in aller Regel nur, einzig und allein, um unser bestes Stück. Der Rest des Körpers findet nicht statt. Und so konditionieren wir uns da drauf und konditionieren unser Gehirn da drauf, dass es beim Liebemachen nur um das beste Stück geht. Und das ist im Prinzip das, was dann diesen dünnen Draht letztendlich ausmacht. Wenn du dir vorstellst, dass du diesen Stromkreislauf dir baust und an der Stelle, wo dieser eine dünne Draht war, der so schnell durchgeglüht ist, dann nimmst du jetzt noch einen zweiten Draht dazu und dann nimmst du noch einen dritten Draht dazu und dann noch einen vierten. Und dann am Ende hast du 50 oder 100 Drähte. Und diese Drähte, die bilden wiederum einen dicken Draht jetzt letztendlich. Und jetzt jagst du da Strom durch, dann wird dieser dicke Draht, der aus diesen 100 dünnen Drähten besteht, diesem Starkstrom standhalten können. So, wie sorgst du jetzt, wie kommst du dahin, dass der dünne Draht bei dir zu einem dicken Draht wird oder zu verstärkt wird mit ganz, ganz vielen anderen Drähten? Das Geheimnis liegt darin, dass du deine Erregung, dein Geilheitsgefühl, das Liebemachen mit deiner Partnerin nicht mehr nur auf so einen ganz, ganz kleinen Teil deines Körpers reduzierst, und zwar dein bestes Stück, und dass du anfängst, deinen gesamten Körper mit einzubeziehen und deinem Gehirn beibringst, jetzt nachträglich, dass dein gesamter Körper eine große erogene Zone ist. Dass du ins Liebe machen mit deiner Partnerin reingehst und es geht nicht nur um dein bestes Stück nur noch, sondern hey, was ist mit meinen Lippen, was ist mit meinen Ohrläppchen, was ist mit meinem Hals, was ist mit meinem Nacken, was ist mit meiner Brust, was ist mit meinem Bauch, was ist mit meinen Nippeln, was ist mit meinen Beinen, was ist mit meinem Rücken, was ist mit meiner Kopfhaut, was ist mit meinem Po, was ist mit meinen Oberschenkelinnenseiten, der ganze Körper ist eine große erogene Zone und aktuell ignorierst du den ganzen Körper komplett. Es geht, wenn es darum geht, die Erregung zu steigern, wenn es darum geht, Lust zu empfinden, wenn es darum geht, hey, worauf konzentriere ich mich beim Liebe machen eigentlich, immer nur um dein bestes Stück. Und das ist mit ein Grund dafür, dass du zuverlässig zu früh kommst. Das Ding ist jetzt folgendes, wenn du es lernst, diesen Draht dicker zu machen, heißt es im Prinzip, dass genau gleich viel Starkstrom durch deinen Körper fließen kann, also die Lust und die Erregung, die kann im gleichen Maße wie früher einfach in dir aufkommen, aber dein Gehirn ist jetzt in der Lage, das zu handeln, der Draht glüht nicht durch, in anderen Worten, die Lust in dir drin, die kann immer größer und größer und stärker und stärker werden, aber der Höhepunkt wird nicht eingeleitet, weil der Draht gewissermaßen noch nicht durchgebrannt ist. Und ich spreche stark in Metaphern und sehr, sehr stark vereinfacht. Die Art und Weise, wie ich über dieses neurologische Thema spreche, ist natürlich sehr, sehr stark simplifiziert und kein perfektes Abbild von dem, was wirklich passiert. Ich hoffe, das ist klar, aber das ist im Prinzip, was passieren darf. Und dann bist du nämlich in der Lage dazu, dass die Erregungskapazität, die Erregungskapazität deines Hirns größer wird. Und was ein schöner Nebeneffekt davon ist, ist, dass auch deine Höhepunkte beim Liebemachen wesentlich, wesentlich, wesentlich intensiver werden. Viele Männer, die beim Liebemachen zu früh kommen, die beschreiben das nämlich, sagen, hey, mein Höhepunkt ist eigentlich eher wie so ein Reflex, wie so ein Niesen. Das ist irgendwie ganz schön, aber was ist denn eigentlich mit diesem unglaublich schönen, intensiven Gefühl, wo es einem komplett die Decke wegsprengt, und man kurz mal für zehn Sekunden mit dem Universum verbunden ist, wovon immer viele sprechen. Das habe ich nicht. Das ist bei mir nicht so. Der Grund dafür, dass der Höhepunkt schwach ist, ist eben auch, dass du nicht in der Lage bist, viel Erregung zu verarbeiten und dementsprechend schnell der Höhepunkt eingeleitet wird. Okay, jetzt haben wir uns das also angeschaut. Super interessant, super spannend, kann man richtig gut daran arbeiten. Jetzt blende ich dir an der Stelle nochmal kurz das Fünf-Ebenen-Modell der Ausdauer im Bett bei Männern ein. Was du jetzt gerade siehst, hier neben mir, sind diese fünf verschiedenen Ebenen, auf denen zu frühes Kommen entstehen kann. Und wir haben jetzt gerade über die neurologische Ebene gesprochen. Du siehst, die ist nicht ganz unwichtig. Du siehst aber auch, es gibt noch andere Faktoren. So, jetzt haben wir über diesen Starkstrom gesprochen, okay, der durch deinen Körper fließt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du besser in der Lage bist, diesen Starkstrom zu verarbeiten, was dafür passieren darf. Jetzt aber noch eine weitere Frage, ganz, ganz interessant. Und zwar, wie sorge ich denn dafür, dass dieser Starkstrom an sich ein bisschen handelbarer, ein bisschen weniger, ein bisschen kontrollierbarer wird? Wie sorge ich dafür, dass diese Erregung in mir nicht von Anfang an so richtig stark durch die Decke knallt, sondern dass es eher ein kontrollierbares Feuer in mir ist, das ich besser steuern kann? Für viele Männer ist es so, dass sie auf der mentalen Ebene mit sehr viel Anspannung in ein Liebesspiel mit einer Partnerin oder Partner reingehen. Also da ist häufig eine negative Anspannung, ein Druck, Versagensangst, Nervosität, mit der Angst, jetzt gleich die Partnerin zu enttäuschen und sich selber auch zu enttäuschen. Und auf der anderen Seite ist aber auch eine extrem kindlich vorfreudige Anspannung mit am Start. Sprich, der Mann freut sich so unglaublich, das ist so eine riesige, unbändigbare Erwartung auf Erregung und auf Zärtlichkeit mit diesem tollen Wesen, mit dieser Frau am Start, dass der Mann einfach relativ stark überstimuliert ist. Und das sind einfach zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass dieser Starkstrom einfach sehr, sehr dominant ist. Also dass die Erregung ganz, ganz schnell in die Höhe knallt. Es ist einfach die mentale Anspannung, egal ob das eine positive mentale Anspannung ist oder wie bei ganz, ganz vielen Männern eben diese negative mentale Anspannung. Für dich wichtig, wenn du lernen möchtest, wesentlich, also wirklich wesentlich länger Liebe machen zu können, Richtung 20, 30, 40 Minuten, es ist einfach wichtig, dass du in einen entspannten Zustand reinkommst. In einen lockeren Zustand, in einen selbstbewussten Zustand. Und das ist eben die mentale Ebene, die du siehst, siehst du in diesem Fünf-Ebenen-Modell sehr, sehr stark repräsentiert ist. Es ist eine ganz, ganz wichtige Ebene. Und dann gibt es noch weitere Ebenen, die gehe ich an der Stelle nicht mehr detailliert ein. Da verlinke ich dir aber unter diesem Video ein Video, wo ich auf all diese unterschiedlichen Ebenen nochmal ausführlich eingehe. Wir haben über die letzten Jahre tausende Männer betreut und dabei begleitet, eine starke Ausdauer im Bett aufzubauen. 15, 20, 30 Minuten, das ist für die meisten Männer alles sehr, sehr gut im Angebot. Und du hast auch die Möglichkeit, dich von uns betreuen zu lassen. Und das Ganze im ersten Schritt tatsächlich auch kostenlos. Dazu musst du einfach nur unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Da hast du die Möglichkeit auf ein kostenloses Beratungsgespräch mit entweder mir oder einem der Experten in meinem Team. Da können wir uns deine Situation angucken und erarbeiten, was bei dir passieren darf, damit du dein Problem gelöst bekommst. Klick dazu unten auf den Link in der Videobeschreibung und dann kannst du dir einen Termin buchen und dann lernen wir uns vielleicht sogar bald persönlich kennen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.